Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der neuen Bude. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Die letzte Folge bestand eigentlich nur draus, dass wir Raupi geholfen haben, in die Kristallhöhle zu kommen und irgendwelche Wertsachen zu finden, die er verkaufen kann. Außerdem hat er uns erzählt, dass er erstens weiß, dass hier auch Menschen anwesend sind, sage ich mal. Verkauf mir mal mein Stuff. Das ist einiges. Und, und, ja. Gengar hat das Ganze halt auch mitgehört. Und wir haben erfahren, dass Raupi ein eiskalter Geschäftsmann ist. Hm, echter Gangster. Ich muss sagen, ich habe ja die ganze Zeit eigentlich gewartet, dass sich rausstellt, dass Raupi auch zu den Menschen gehört. Was auch eine Begründung wäre, warum Gengar ihn jetzt genau jagt. Und es war auch wieder ein Bosskampf gegen Gengars Team in der letzten Folge. Bloß, dass ich dieses Mal nicht so... Wo ist denn das Knufensa hin? Hier war doch immer ein Knufensa. Dafür steht hier jetzt ein Psyaner. Hey, Günther. Äh, wer bist du? Das war klar. Ich bin's, Rose. Rose? Du hast dich entwickelt. Das ist cool. Wie ist es, in sich zu entwickeln? Ich weiß nicht. Ich habe mich entwickelt, als du mit Raupi in Greenhills warst. Ja, schönen Tag noch. Ja, habe ich mir gedacht, dass das Rose ist, als ich hier kein Evoli mehr gesehen habe, aber da ein Psyaner. Ja gut. Wir haben mal wieder Zeit. Guten Tag. Ich glaube, ihr wollt hier eine neue Mission abholen. Aber ich habe wieder keine. Äh, wie oft passiert das? Manchmal passiert das häufiger, aber ich glaube, sie haben nur ein paar Komplikationen da. Äh. Ja. Dann mache ich das, was ich jetzt immer zune... Okay. Erstens, warum kann ich da nicht rein? Zweitens, wo ist Raupi? Ah, Gott. Da ist also auch Knuffenser hin. Was ist hier los? Oh, hi, Günther. Was ist hier los? Äh, Gengar hat alle von uns gesagt, wir sollen hierher kommen. Gengar. Was hast du vor? Ah, das Pikachu ist also auch eigentlich hier. Sehr gut. Also, ich lege mal los. Äh, kann ich euch alle mal fragen? Habt ihr einen Menschen gesehen? Äh. Ja. Raupi hat uns erzählt, dass seine Mutter auch keinem Menschen vertraut. Und jetzt will Gengar hier mal auspacken. Was ist denn das für eine Frage? Ich hab schon Mensch gesehen. Ich auch. Ich auch. Aber warum fragst du das? Äh. Weil einer von uns kein Pokémon ist. Ja, ihr habt mich schon richtig gehört. Hier ist auch... Hier ist auch wer der eigentlich kein Pokémon ist. Ja. Äh, wer denn? Oh, nee. Das sieht gar nicht gut aus. Was ist denn mit Günther los? Ja, ja. Jetzt, äh. Lasst mich mal die, äh, Menschen hier ansammeln. Hier ist ein Mensch bei uns, der sich in Pokémon verwandelt hat. Kannst du jetzt nicht einfach zum Punkt kommen? Wir wissen doch eh schon alle, was du sagen wirst, du Opfer. Ihr findet das merkwürdig? Ich hab mich schon richtig gehört. Könnt ihr euch vorstellen, was passieren würde, wenn dieses Pokémon hier bei uns wäre? Ja, ich nicht. Aber wer weiß? Das Geheimnis ist raus, ne, Pikachu? Bitte was? Pikachu ist ein Mensch, aber... Du kannst dich halt nicht mehr verstecken. Also, was tun wir jetzt? Ich weiß, was wir jetzt tun. Lasst ihn uns zusammenschlagen. Genau wie das E.B. und das Dattini. Ich hab ne bessere Idee. Warum werden wir nicht einfach Gengar los? Gute Idee, da bin ich dabei. Äh, was ladest du? Äh, was ich sage, ist nur das. Mama? Ich frag euch alle. Wen sollten wir hier loswerden? Den, der hier die ganze Zeit nur Scheiße baut? Gengar? Oder den Retter Pikachu? Ey Bruder, ich mach keinen Stress Nie Sicher nicht Aber dieses Pikachu ist ein Mensch Ja, das kann sein Also Ihr seid beide Retter, ne? Dann lasst mich mal fragen Wer macht hier seinen Job richtig? Welches Team macht hier einen guten Job? Welches Team äh Riskiert sein Leben bei jeder neuen Rettungsmission Äh Pikachus Team Ja, eigentlich schon Also jetzt wo ich so drüber nachdenke Das Evoli Das ist keine Evoli mehr, ihr Keks Sie ist auch ein Mensch Aber sie ist sehr freundlich Ja, du meinst Rose, richtig Wenn sie wie sie sind Warum sollten wir sie loswerden? Äh, 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 äh Okay, äh, ja, 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 stimmt schon Dein Team hat uns angegriffen Als ich und meine Mutter los In Green Hills waren Haben auch gehört, dass euer Team nicht gerade Vertrauenswürdig ist Äh, das Äh, ist Nicht so gut Aber was auch immer Du wirst noch sehen, was passiert Wenn hier ein Mensch ist Endlich sind wir hinlos Ah Wir haben es ihm gezeigt. Okay, das war cool. Ja. Ich hatte schon Angst. Dann hab keine mehr. Jetzt weiß jeder, dass du ein Mensch bist. Fühlst du dich da jetzt nicht besser? Ja, irgendwie schon. Ich glaube, du bist zwar vor 5 Minuten erst aufgestanden. Aber wenn du jetzt eine Runde schlafen gehst, hilft dir das. Ja, werde ich machen, danke. Sehr gut. So muss das. Das Gengar kriegt auf die Schnauze. Opfer. Die haben es verstanden. Ja, jetzt sind sie ja auch wieder. Also warst du in der Mineralhöhle mit Raupi? Oh Mann. Ihr könnt immer zu den coolen und gefährlichen Orten gehen. Ich hoffe, ich werde auch irgendwann so stark wie ihr. Was sagst du dazu? Hey Günther. Genau dasselbe wie gestern. Oder war das jetzt überhaupt wirklich? Das war zwar so gesagt, aber war das jetzt wirklich über Nacht? Ja, moine. Ich glaube, wir wollten eine neue Mission. Aber ich hab keine. Ne, das ist noch derselbe Tag. Auf jeden Fall. Ja, hast du jetzt irgendwas? Oh, hi Günther. Ich hab gehört, dass da immer noch keine Missionen sind. Heißt das, du warst mal wieder frei? Ja. Cool. Könntet ihr mir mal wieder behilflich sein? Vielleicht bitte? Schon wieder. Okay. Sheesh. Jetzt hör einfach mal auf, mich so anzugucken. Und warum steht da ganz rechts ein Inn? Das ist verwirrend. Hehehe. Danke. Ich hol die anderen. Äh, wo gehen wir eigentlich diesmal? Äh, ich hab was in Green Hills in der Nähe von Kristall zu suchen. Ja, sicher. Okay, hier war ich zwar auch schon mehrfach, aber es ist nicht der erste Dungeon. Da will ich mich dann auch gar nicht beschweren. Solange es nicht der erste Dungeon ist, ist alles gut. Aber ich muss sagen, das fand ich jetzt echt grad gut, die Szene. Vor allem, Gengar ist halt so ein Spasti. Ich mein, der hat mir meinen einzigen Game Over bisher gegeben. Und weil das ein Dead End ist, durfte ich dann, weil ich bisher nicht gesaved hatte, das ganze Spiel bis zu diesem Punkt neu spielen. Auch wenn das nur der erste Dungeon war. Angenehm war das trotzdem nicht. Aber da hat man mal bemerkt, wie ineffizient ich auch in den ersten Folgen war. Wo Fragezeichenmann auch noch da war. Weil, ja. Wir haben innerhalb von zwei Parts, war es glaube ich sogar, diesen einen ersten Dungeon geschafft. Vielleicht war es auch einer, aber ich glaube zwei. Und, ja. Dann habe ich ihn auf Camp in unter fünf Minuten geschafft. Also, von Anfang des Spiels an. Mit der ganzen Anfangsszene und sowas. Wobei ich sagen muss, das ist natürlich auch klar, wenn man den ganzen Text hier so skippen kann, wie ich grad diese Kämpfe mache. Und nicht irgendwie das anders machen muss. Warte. Können wir weniger Pokémon spawnen, mal bitte? Komm, hier. Kriegt mal wieder ein paar mit. Oh, ja. Na, jetzt Pflanze für Endibius Paralyse vielleicht mal. Und inzwischen auch für ein paar AP. Warte. Wo genau? Äh, wo ist es genau? Das ist nah am Wasser. Also, ich glaube, wir sind da. Ist irgendwas... Nee, es ist nur... Eigentlich sollte hier ein Lapras auf mich warten. Ich glaube, sie konnte nicht kommen. Heißt das... Tut mir leid, wenn ich eure Zeit verschwinde. Okay, ist schon okay. Wenigstens haben wir jetzt ein bisschen Zeit gehabt, um hier bei zwei Kunden anstatt auf irgendwelche Briefe zu warten. Ja, stimmt schon irgendwie. Okay, hier gibt es nichts zu sehen. Wir könnten auch zurückgehen. Ja, danke fürs Helfen. Bei den Augen kann man leider nicht widerstehen. Ja, schön. Wirklich! Ich dachte, jetzt kommt noch was. Das war's. Echt? Willst du mich verarschen? Ich sag dir, ich trau dem Entwickler zu, dass der den... Oh, shit. Ich dachte, ich muss das jetzt noch drei, viermal machen, aber... Äh, äh, was ist los? Was ist mit ihnen passiert? Äh, was tun sie? Und wo kommen wir her? Sieht aus, als hätte... Irgendetwas sie... Petrifiziert? Ich glaube... Es ist hier drüben. Also sind hier noch Pokémon übrig? Lass sie uns holen. Ah, nee. Bitte was? Was macht... Was macht Team Aqua hier? Ich dachte, das wären jetzt die Wächterdrachen. Und nicht fucking Team Aqua. Bitte was? Ah, genau wie ich gedacht habe. Das ist richtig. Lass sie uns fangen. Ah, ihr seid also die Tüten, die für das hier verantwortlich sind. Ich glaube nicht, dass sie ein einziges Wort verstehen. Ah, hört sich so, als wären sie wütend. Lass sie uns zusammenschlagen. Lass sie uns zusammenschlagen! Los. Bosskampf gegen Team Aqua. Pokémon Hunter. Oh Gott, vier Pokémon. Oh, Fischstäbchen mit ganz, ganz viel Reis. Das wird kein leichter Kampf. Ach, nee, das trifft ja Pikachu mit. Hä? Das da auch? Hä? Hä? Bin ich gerade behindert? Das trifft anscheinend auch mehrere. Ja, ja, genau, greift Razzini an. Ah, das trifft einfach beide. Hm, na warte, vor allem, wo es jetzt regnet. Würde ich sagen, du benutzt Surfer, auch wenn Pikachu glaubt. Vielleicht wird der sogar gar nicht mitgetroffen. Ich weiß nicht, ob das in dem Spiel vielleicht anders ist. Und du machst Druck zuckig auf Sichlor. Au, kacke, das reicht ja nicht ansatzweise. Dann benutzt du wieder Twister. Ich hau mal das Sichlor kaputt. Level up. Ein Golbat. Okay, das Golbat hat ja null Chance. Okay, Pikachu hat nicht mehr so viele Leben, aber... Lieber aufs Golbat. Noch eins. Oh, Pikachu hat wenig Leben. Das heißt, hier benutze ich jetzt einfach einen Surfer. Und hier, ich habe inzwischen, denke ich, wieder ein paar... Ja, 19. Ich bin ja fast wieder so gut ausgestattet wie am Anfang. Okay, das dürfte jetzt das Letzte. Ja. Dann wird es Zeit, dich zusammenzuschlagen. Yo, das hat fucking viel Schaden gemacht. Aber ich habe gewonnen, ohne ein Pokémon zu verlieren. Ey, die Pokémon sind da stärker, als sie aussehen. Das könnte ein Problem werden. Und die geben kein Geldgefühl. Das hat doch Gengar die ganze Zeit gesagt, Alter. Das sieht nicht so gut aus. Was ist mit euch los? Oh, nee. Das ist... Das ist der Boss. Bewegt euch. Oh, Gott. Also, das ist ihr Anführer. Ihr habt gegen diese Pokémon da vor mir verloren. Wen nennt sie ihr schwach? Okay. Jetzt bringst du unsere Freunde zurück, oder? Ja, schreibt nur rum, wie ihr wollt. Ich hau euch zusammen. Oh, Gott. Bevor ich hier irgendwas mache. Das Problem ist, ich werde jetzt auch noch angedamaged sein. Aber immerhin nur zwei Pokémon. Ariados. Das Level ist nicht das Beste für mich. Und der Regen halt, ne? Ansonsten würde ich jetzt auf Flemly gehen. Ich würde sagen, ich beginne mal asozial. Ja, hm. Der Regen ist halt ziemlich gut für mein Dratim. Äh, sagt mir gerade nix der Name. Scheiße! Ich glaub, ich muss mal los! Ich lebe noch echt jetzt! Ich glaube aber, ich muss los! Komm, du schaffst das! Mann, das macht nix! Hä? Danke. So. Jetzt einfach nur noch tanken, dann gewinne ich das. Hier auch mal ein bisschen. Gut, das, äh, Operation tanken. Aber komm, ich gewinne das. Ich hätte auf Pikachu gehen sollen. Mit Ruckzuck-Keep hätte ich es schon gehabt. Aber egal. Ja. Und gerissen! Lülülülülü! Level 22. Was willst du von mir? Also, ihr seid würdige Pokémon. Ihr fangt sie. Aber halt's Maul! Ihr habt nur bewiesen, dass ihr wert seid, gefangen zu werden. Und wie ich gesagt hab. Ich fang euch. Achtung! Lemley! Oh! Okay, wer jetzt? Lass uns verschwinden. Scheiße! Und du? Nee, nee. Das kann nicht passieren. Das ist toll. Wir haben viele gefangene Pokémon. Viele? Wir nehmen nur die vier mit. Bitte was? Ich brauch keine Schwachen. Pikachu, hörst mir! Okay. Ja, hallo? Hörspielende! Ist es geplant, dass ich einen Black Spoon hab? Ich hör doch im Hintergrund irgendwelche Geräusche. Aber das ist der einzige Bildschirm, den es hier gibt. Ah, jetzt. Wo bin ich? Was ist das? Ich fühl mich kacke und... Es ist merkwürdig. Ich kann mich bewegen. Ich versteh's nicht. Alles klar. Ich hör stimmen. Aber wo kommen sie her? Ja, wirklich weit bewegen kann ich mich offensichtlich nicht. Leave empty. Schon wieder die Stimmen. Ich höre es diesmal klarer, aber... Sind die Stimmen von den Typen, die uns gefangen haben? Ich weiß es nicht. Und ich will auch nicht hier sein. Da frage ich mich jetzt halt, wozu ich überhaupt diesen Scheiß-Boss-Kampf gerade gewonnen hab. Und irgendwie... Die Wände werden enger, die unsichtbaren. Oder? Hä? Ist das hier ein freaking Labyrinth? Was ist das? Was ist das? Hä? Sie sind jetzt normal. Auf nach Sinnoh. Sie haben die anderen hier gelassen und haben uns mitgenommen. Sinnoh. Unser Schicksal ist da. Was wird mit Endivier, Flemmelie, Steve und mir passieren? Ich mag das kein bisschen hier. Ich muss hier raus. Ich weiß nicht, aber ich werde schon einen Weg finden. Das ist aber jetzt kein unsichtbares Labyrinth, oder? Ich muss hier raus. Ich muss meine Freunde retten. Die gefangenen Pokémon glühen. Ja. Jetzt steh nicht rum. Beweg dich. Ja, sorry, sorry, ich geh schon, sorry. Da tut sich was. Sicher zählt das hier so. Ich hoffe, jetzt kommt halt nicht gleich noch ein Kampf. Aber das macht der Entwickler hoffentlich nicht. Wir hier haben mich. Geht gerade mal. Ja, ich weiß. Ich hoffe, jetzt mal. Ich werde mich leider. Ich weiß nicht. Ich werde mich nicht überraschend. Ich hoffe, jetzt mal. Ja, ich hoffe, jetzt bin ich nicht. Es geht nicht. Ich lege. Nichts. Ich kann es fühlen, ich werde langsam frei. Ich mag das nicht. Deswegen will ich hier auch frei werden. Freiheit ist das Recht jedes Wesen auf dieser Erde. Es ist ein Naturgesetz bei der Natur festgelegt. Du brauchst nicht für Freiheit zu kämpfen. Muss ich ja offensichtlich schon. Ich muss meine Freunde retten und ich bin gefangen. Also muss ich auch frei sein. Freiheit ist wertlos, wenn der, der sie hat, kein Leben hat. Leben ist wertlos, wenn jemand keine Freiheit hat. Du bist stark. Teile diese Stärke. Und ich gebe dir Kraft. Bleibe an jeder Gelegenheit, die sich dir im Leben ergibt, dran. Die Möglichkeiten kommen nur einmal in dein Leben. Ich werde deinen Wunsch erfüllen. Song des Lebens. Okay. Das wird interessant. Du hast es auch geträumt. Günther, bist du okay? Ich habe einen merkwürdigen Traum über Leben und Möglichkeiten. Was? Fangt sie nochmal. Yes sir, roger and out. What the... Oh, willst du mich waschen? Ich habe auch... Hallo? Wie viele Kämpfe soll ich hier noch in Folge machen? Warte. Ich habe einen Heal. Danke, Jesus. Und was bringt denen das jetzt eigentlich? Die sollten langsam eigentlich wissen, dass ich hier gewinne in einem Kampf. Oh, Drachenwut. Macht doch immer 30 Schaden. Ne, 40. Was ist denn so der HP-Standard im Moment bei mir? Keine Ahnung, ob sich das lohnt. Also mehr als Silberblick, stimmt. Ich teste mal, wie viel das so macht. Yo, das ist geil. Level 22. Gewonnen. Warum geben die mir eigentlich Geld? Ich bin Pokémon. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Äh, wo ist dieses Loch? Oh Gott, bin ich tot. Wo kam dieses Loch her? Vielleicht haben unsere Attacken das erzeugt. Nimm jede Möglichkeit. So, wir müssen durch das Loch. Wieder was? Ne, das kannst du nicht machen. Achtung, alles Personal. Schlecht funktionierendes Zeug an Sektor C. Warnung. Der Tank funktioniert nicht mehr. Unser Tank ist auf 42%. Wir haben euch. Guckt euch die Scheiße an, die ihr gemacht habt. Okay, lass uns da ins Loch gehen. Wir haben keine Wahl. Los geht's. Und. Das Meer ist schön weit. Und wird das jetzt mein Ende sein? Wir sind so hoch gesprungen. Ich glaube nicht, dass wir das überlebt haben. Ich kann nicht atmen. Ich verliere. Ein Pokémon-Schrei. Alter. Also ich muss sagen, am Anfang hat mir die Story nicht gefallen. Aber was inzwischen abgeht. Ey, Günther. Mich würde interessieren, wie wir hier oben gelandet sind, nachdem wir da runtergefallen sind. Okay, ich muss hoch. Oh Gott. Bitte kein Bosskampf. Bitte kein Bosskampf. Bitte, bitte, bitte. Bitte, dann muss ich ganz weit los. Okay. Wow, ist das Ho-Oh? Cool, was ein schönes Pokémon. Ho-Oh. Wir wollen wissen, wie wir hier hingekommen sind. Ja, das Letzte an, dass ich mich erinnere, ist, dass wir vom Himmel runtergesprungen sind. Ihr habt mich schon überraschend erwischt, als ich euch Fallen gesehen habe. Ihr seid von einem Menschenschiff gesprungen. Ich musste, ähm, äh, ich musste raten, dass ihr es geschafft habt, zu entwischen. Ja, wir wurden gefangen. Ah, die Pokémon-Jäger. Pokémon-Jäger? Ja, sind eine Gruppe Menschen, die Pokémon fangen und verkaufen. Verkaufen? Aber... Aber nicht alle Menschen sind wie Sie, richtig? Natürlich. An... Auf jeden Fall, danke, dass du uns gerettet hast. Ja, danke. Danke. Was meinst du dabei? Hä? Ich glaube, da ist schon ein Preis dafür, als du uns rettest, richtig? Genau. Ich hab... Ihr sollt mir einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Okay, wir sind ein Retter-Team sowieso. Gut. Wie ich erwartet habe. Ich brauche euch, damit ihr mir einen Regenbogenflügel von einem Tylo im Ilex-Forest-Ring. Warte, heißt das? Wir sind in Yoto? Yoto? Hiva? Sehr weit weg von hier. Also kommt ihr aus der Hiva-Region? Ja, aber jetzt sorgen wir uns mal nicht darum. Okay, Team. Wir finden das Ding. Ich hab grad Bock, noch weiterzuspielen. Komm, längere Folge, nachdem ich gegoogelt hab. Was denn, Taylor? Also, wenn das ein Bosskampf wird, muss ich ganz weit los. Schwalbini. Wow. Das sieht nach einem starken Gegner aus. Hallo, ist ein toller Tag, ne? Ja, aber wir müssen, ähm, dich was fragen. Klar, was denn? Das ist mein erstes Mal, dass ich interviewt werde. Mein Traum, berühmt zu werden, ist wahr geworden. Nur noch ein paar Tage und jeder wird mich wegen dem Regenbogenflügel, den ich hab, bewundern. Ich werd ein Superstar. Superstar? Was sagt dieses Schwalbini? Also, wir müssen wissen, wo du den herhast, den Flügel. Ah, ich hab ihn nur von Ho-Oh genommen, als er geschlafen hat. Ja, okay, aber weißt du? Ho-Oh braucht den. Was? Ho-Oh hat euch gesendet, nicht? Ihr bekommt mich nicht! Willst du mich jetzt verarschen, du verdammtes Fettvieh! Alter! Hm, da sind Trainer, äh, Menschentrainer, also. Ich glaub, wir sollten lieber hier bleiben. Ja, wir sind jetzt echt in einer Region, wo auch Menschen Pokémon trinieren und so etwas. Ähm, äh! Willst du mich jetzt... Natürlich! Sicher! Was ist im Moment in diesem Spiel los? Jetzt renne ich einfach im fucking Celebi über den Weg! Diese Folge überfordert mich! Hallo? Redest du auch? Hallo? Wie? Wow! Schöner Dialog hat er, ne? Mein Team ist geheilt. Was ist hier drüben? Außer nem Raub hier. Eigentlich wollte ich Drachen. Oh, hi! Was? Wie habt ihr mich gefunden? Äh, das ist mein Regenbogenflügel! Ach, dieser Keg. Okay, ich muss wirklich auf dieser Ebene bleiben. Ich kann keine Treppen passieren. Hier hin und wieder mal fliehen, hin und wieder mal wen töten. Äh, wo muss ich denn dann jetzt hin? Weil hier ist sie anscheinend nicht. Und das ist immerhin ne Sackgasse. Lass mich in Ruhe! Du sagst immer noch nix anderes, ne? Muss ich wieder weiter vor? Oh, warte da drüben. Da war was. Gut. Ich brauche neun Orden? Oh. Ja gut. Ich werde langsam müde von dem Spiel. Gib uns einfach den Regenbogenflügel. Es gehört... Er gehört dir nicht. Okay. Glaubst du, dass ich blöd bin? Es reicht! Wo ist er jetzt hier? Ich werde müde. Er erinnert mich an wen, den ich kenne. Oh, ist das etwa jetzt einer von den ehemaligen Freunden? Ich erinnere mich halt nicht mehr an die... Ich meine, die erste Folge ist eine halbe Ewigkeit her. Ist er jetzt hier? Nee. Oh. Ich bin gerade gegen ihn gerannt. Gut gezahnt, wenn man nicht gegen dich rennt. Ähm. Ihr gebt nie auf, ne? Wenn du uns zu den Flügeln nicht gehen willst, dann komm mit. Ich glaube, Ho-Oh ist ein bisschen wüten. Ho-Oh ist wüten. Ich kann kein Superstar sein, wenn ich jemanden wüten mache. Hä? Okay, ich komm mit. Danke, endlich! Okay, wir gehen zu Ho-Oh. Wo ist der Haken? Irgendwie wird das Ding uns noch verarschen. Also ist Schwalbini mit euch gekommen. Ja. Hey Ho-Oh. Sorry, falls ich dir Ärger gemacht habe. Hier ist dein Flügel. Danke, aber du kannst ihn behalten. Hä? Wir haben ihn zurückgebracht. Und du überlässt ihm den Flügel einfach? Jetzt bin ich verwirrt. Naja, jedenfalls ist alles jetzt geklärt. Ja, aber wir müssen jetzt immer noch überlegen, wie wir zurück zur Hewa-Region kommen. Oh, stimmt. Dann lass uns losgehen. Bist du dumm? Außerdem. Na, danke nochmal, dass du uns gerett hast. Ja, danke. Ihr drei geht zurück nach Hewa. Vielleicht kann ich helfen. Aber ich kann nur in limitierten Sky-Himmelsterritorien fliegen. Warum limitiert? Joto und Kanto sind in meinem Territorium. Während Rayquaza über Höhen regiert. Aber er versucht immer mehr Gebiet zu bekommen, was ein bisschen nervt. Und Angelallen regiert über Gento und Hewa. Angelallen, also ihre Grenzen zu passieren, heißt nur, dass ein Territorialkampf stattfinden wird. Lugia hat Lavados, Zapdos und Arctos, die um ihr Gebiet im Orange Islands gekämpft haben, einmal gesehen. Echt? Ich freu mich, wie es ist, eins zu sehen. Ich kann euch nur nach Veronika-Town bringen. Eine der Städte in der Gento-Region. Was noch in Joto liegt. Was heißt, dass es in meinem Gebiet liegt. Und von da könnt ihr auch alleine zurücklaufen. Okay, hört sich gut an. Hier kann ich mitkommen, Leute. Äh, bitte warten. Warum willst du jetzt mit uns kommen? Ich habe keinen Ort, wo ich hingehen kann. Und ich bin müde davon, hier alleine rumzulaufen. Äh, okay. Hey, Flemly. Könnten wir einen Moment entschuldigt werden? Äh, was ist jetzt schon wieder los? Okay, aber behaltet euch. Wir werden bald mit Hohe abreisen. Danke. Ja, der nächste Mensch. So, wir werden noch ein... Äh, fliegen, ne? Du hast nie was anderes im Kopf. Aber ja. Also, worüber willst du mit mir reden, Pikachu? Ist es wegen meinen tollen Federn? Oder wegen meinen tollen Augen? Oder meinem Schnabel? Oder ist es wegen meinem schnellen Flug? Könntest du mal einen Moment aufhören zu reden, Marc? Äh, 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 warte, warte. Wie, warte, woher? Aber, äh, wer bist du? Ich glaube, ich wurde gerade ein bisschen mitgerissen. Aber du bist Marc, richtig? Äh, ja, bin ich. Aber woher weißt du das? Ja, vorhin hast du Superstar gesagt. Du hast schon immer ein großes Mal gehabt. Ich glaube, das ist, warum du ein Schwalbini geworden bist. Außerdem hast du schon immer Ho-Oh gemocht. Alles, was du gesagt hast, ist wahr. Wer bist du? Du bist nicht wirklich ein Pokémon, richtig? Ja, aber... Und du warst bei Günther, bevor du ein Pokémon geworden bist? Ja. Oh, Günther hat mich zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Mann, wir waren gerade dabei, die Party zu starten, als ich hier, als ich auf einmal verschwunden bin. Dann bin ich aufgewandt. Ja, ich weiß. Du warst bei meiner Geburtstagsparty, okay. Ähm. Also, du bist Günther. Du auch, hm? Ja. Ich bin froh, dass wir dich gefunden haben. Und hast du die anderen gefunden? Ja, ich hab Jahrgold noch nicht gesehen, aber... Hey, Günther, Schwalbini, wir gehen. Jetzt, okay. Ich glaub, wir sollten gehen, Marc. Okay. Ja, der nächste Mensch. Und die Folge ist jetzt mehr als lang genug. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Weg zurück in die Hever-Region. Warte, nur ein kleideter Test? Ja, es ist im Team! Was kannst du? Und damit verabschiede ich mich dann eben auch. Die Folge ist mehr als lang genug. Beim nächsten Mal geht es wieder weiter mit Pokémon Ruby Destiny Rescue Rangers. Ich bin echt gespannt, was noch kommt. Die Story ist echt cool inzwischen. Bis dann. Ciao.